Ich wollte gerade meine Hände über den Kopf zusammenscheiden. Ruhe da, Tim. Wie schön, dass du... Was? Joe! Warum steht Basti im Schatten? Saturn! Vielen Dank für die Einladung. Krass. Geht's zu sein? Du Asivosi. Was soll das? Ja, kommentinant. Sei mal ruhig jetzt bitte einmal. Lass die Jungs mal reden jetzt. Danke. Echt mal. Erstens, du hast du alles. Basti? Okay. Wir haben ein kleines Lied für dich vor. Hallo. Ruhe jetzt. Du hast über die letzten Jahre eigentlich immer, was du einer der Lieben zusammen mit Fibo, mit anderen Leuten zu den Geburtstagen Lieder geschrieben haben oder wieder umgetextet haben. Tim, du? Und heute ist es so weit, dass du eins bekommst. Wir haben uns auf... Dein Lieblingslied geeinigt. Dein Lieblingslied geeinigt. Warte, 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 warte. Warte kurz. Warte kurz. Okay, krass. Wir haben uns auf dein Lieblingslied geeinigt und haben dein Leben darin ein wenig verarbeitet. Das war eine Anspielung. Du solltest dein Leben langsam auch mal ein wenig verarbeiten. So, wenn man das verarbeiten kann. Die komischen Bayern. Wer versucht, deine charakteristischen Aspekte in den Vordergrund zu stellen und, ähm... Der macht das so gut in deinem Lied. Halt doch mal die Fresse da jetzt. Halt doch mal die Flasche da. In diesem Lied geht es deswegen um die fiktive Person, die dich am besten verkrabbert. Um Nexter Lachs. Aber du, 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 du. Ich kann jetzt schon nicht mehr, ja? Ich auch nicht. Eins, zwei, drei, vier. Zieht er durch die Straßen, durch die Bars dieser Stadt. Keinen Trink der Welt wird er noch nicht gehabt. Hörfuß. Hörfuß. Engels, schwarzes T-Shirt und ein glänzender Fels. Hast er in der Klaue, dass er sicher festfällt. Hörfuß. Hörfuß. Doch der Tag ist noch sehr jung. Durst durchtreibt der Dachs sich um. Denn es wird in dieser Nacht ein Anlauf gemacht. Hörfuß. 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 Nachtaktiv, skupe los, manchmal geht's da hinten los. Jetzt geht's los, Dexter Dax, 30 Jahre Adam Glas. Nachtaktiv, skupe los, manchmal geht's da hinten los. Jetzt an der Taverne arbeitet er gerne, bringt das Essen raus und zapft das Bier. Der Dax ist jetzt zu Hause, brennt in seiner Brause. Hinter dieser Bar ist ein Revier. Heute ist sein Tag und er ist 30 Jahre, genau aus diesem Grunde sind wir alle da. Hörfuß, Hörfuß. Lasst uns jetzt gemeinsam unsere Gläser heben, ohne ihn zu trinken, auf ein langes Leben. Hörfuß, Hörfuß. Viele Storys sind erzählt, geht euch nur ein paar aus. Gewicht, freuen wir uns was das, was kommt aus der Dexter Welt. Jetzt geht's los, Dexter Dax, 30 Jahre Adam Glas. Nachtaktiv, skupe los, manchmal geht's da hinten los. Jetzt geht's los, Dexter Dax, 30 Jahre Adam Glas. Nachtaktiv, skupe los, manchmal geht's da hinten los. Wir lassen ihn noch leben, wir lassen ihn noch leben, mit dem einen Leben. Wer will Hüte Drinks, was für ein Spaß? Ärgern wir die Leber vom unseren Gastgeber. Die Vorsetzung freut, wir geben Gas. Jetzt geht's los, Dexter Dax, 30 Jahre Adam Glas. Nachtaktiv, skupe los, manchmal geht's da hinten los. Jetzt geht's los, Dexter Dax, 30 Jahre Adam Glas. Nachtaktiv, skupe los, manchmal geht's da hinten los. Jetzt geht's los, Dexter Dax, 30 Jahre Adam Glas. Nachtaktiv, skupe los, manchmal geht's da hinten los. Jetzt geht's los. Jetzt könnte ich das Licht wieder ausmachen. Pippi in den Augen. Und weiter geht's. Pippi in den Augen. Und weiter geht's. Wie der Meinung auch gefallen sein sollte, ist Tim ja unter vielen Namen bekannt. Und er hat sich über die Jahre auch mehrere Namen erarbeitet. Und aus diesem Grunde haben wir mal ein kleines Pop-Kurri-Sana-Schnitzel-Arm. Deine kleine Ausnahme. Deine kleine Ausnahme zusammengefallen. Deine feine Ausnahme. Puzzi. Sieh du dir gerne irgendwo in deine Finger. Arschgeil, das ist mir mal richtig geil. Warum jetzt drehst du? Ja, das kann aber sein Eigentliches. Es gibt die Geschäfte zu hören. Ja, das kann sie nachher noch auskünden. Ja, das kann es ernst sein. Das ist nicht dein Ernst. Du bist ruhig. Ja, ja. Wenn ich dachte, da warst du mal nicht. Nee, das muss mich nicht gewesen sein. Kann jemand meinen? Mein Stand ist hier. Wo stand ich? Ja, kein Stück raus getrunken. Was ist denn da noch so drauf? Die, geil. Mach schon Spaß. Ja, das kann ich nicht. Hier gibt es ein Bier. Ich bin ein Kuss. Ich bin ein Kuss. Schlafft-Taxe. Die Kuss sind groß, nicht? Die Kuss ist groß.